Außer du hattest Deppen, dann hast du die nochmal gekriegt. Das ja. So, jetzt hier mal ein bisschen Funkdisziplin, wenn eine bezaubernde Frau dabei ist, ne? Ich würde nicht sagen, dass das eine ist. Cap' Woman, das ist doch... Cap' ist doch Vergangenheitsmom von Keep, oder? Sorry, Herr Englischlehrer, das kann gut möglich sein. Ich weiß aber nicht, ob derjenige das da meint. Enfant. Protect the informant. Don't let him get killed. Enemy gunman. Grenade, get the dark! Changing mag! Was ist der Support Officer? Ja Läufst du vor, Forst? Du läufst außenrum, ok? Ja, du bist wieder der Allergrößte Wo ist RPG? Äh, weg Oh nein, es glitscht schon wieder hier rein, oder? Ne, es geht noch Es ist aber auch Spaß dran, das da reinzuwerfen, ne? Es rutscht immer vor Oh Hörbähnchen Wohin 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 Film gucken, oder ein, zwei Folgen, irgendwas Jaja, Film gucken, ne? Mhm Er leck mich nach, man Ja warum, muss doch gleich wieder abtrainiert werden Bin ich zu alt für Ja Och Gott Das hast du gesagt, leck mich doch nach draußen, oder? Ja, Objekt 003 Ja Ich hab heute Morgen, hier diese Scheiß Ja, macht jetzt einer das Ding da hinten an, oder? Diese Scheiß, äh, Capture mich wohl von der Weekly, ne? Aber ich hab morgen bestimmt anderthalb Stunden lang probiert Ich hab nicht eine Map gekriegt, wo man was Captureen konnte Haha Unlucky Ich hab mich voll abgefuckt, ey Wuaah Jetzt hackt Jetzt, äh, äh Ach nee, Frontlines? Zählt Frontline? Ich weiß gar nicht Ne, leider nicht Hab ich schon mal ausrückkehrt Als ich das mal hatte Nein, weil ich auch diesmal zählt, aber mein letztes Mal zählt, aber ich war auch schon dreimal Du musst ja als Enemy Base Capturen Richtig, und Frontline ist neutral Nein, das ist nicht unbedingt neutral, aber du müsstest zum Gegner, zu den Basen lösen Ja, oder? Ja, oder, oder? Das ist doch Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Das ist doch so echt Was gehts aber los hier doch? Ich hab jetzt so dritt mal hintereinander Headshot killed Ach, ich liebe das, wenn ich immer niesen muss, obwohl nichts ist Das mach ich dann 20, 30 mal und dann fängt meine Nase an zu laufen Mann ey Gleich Spasiba Ach, Mann ey Ist alles zu viel gleichzeitig, schießen Easen Monitor freiwischen Ne Mikro hochschmeißen Okay, jetzt ist er in der Hand Okay Headshot halt, ne? Mann 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 So richtig entspannend jetzt, ey. Also die Stamin-Problem haben sich damit bei ihr erledigt. Das ist ziemlich chillig eigentlich. Eliminate the leader. Chemist! Tango spotted! Tango! 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 bei mir auch mal stehen und warte mal kann ja Statistik machen, dann taucht dein Name auf Screenshot und dann geht man zurück auf Progress genau und da macht man auch nochmal Screenshot also ich habe 2400 gekriegt und 1500, also 3,9 und bei dir also bei dir hört das hinter dem weißen weiße 1 auf denn sozusagen ach da steht das mit dem Prämium ups sorry wo guckst du denn? ich gucke immer nur auf diese große Zahl Credits hier also warte ich muss da jetzt boah weiter wenn man einfach einen Sniper im Team hat der 46 Damage gemacht hat im gesamten Game die ist immer nur 2000 bei mir gewesen das dahinter habe ich nie gelesen das ist bei mir ganz rechts oben am Bildschirmrand ach so das mit dem Prämium, das kam ja sonst nie bei mir, weil ich kein Prämium hatte und ich habe gedacht, er zählt das dazu einfach ah okay, stand das immer dahinter? ja siehste man muss immer mit dem Anwender reden und nochmal sein Fehlerticket überprüfen gut, dass wir uns da sorry Jungs bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal